Hallo und herzlich willkommen bei Versus in einer neuen Folge Borderlands. Danke, dass ihr hier eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ja, ich will jetzt hier doch nochmal so eine Herausforderung machen, indem ich diese Prüfung hier versuche zu erledigen. Prüfung des Instinkts, also bleibt mal dran. Das Ding sieht interessant aus. Wir müssen jetzt nur mal runter zur Landekapze. Hier war das nicht, ne? Da geht's lang. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Glück. Ich bin richtig, ja. So. Diese Prüfung ist auf Eden 6, wie sie aussieht. Würde ich jetzt mal behaupten. Kämpfen lasst die Freunde mit seinen Männern. Ja, der ist geist. Immer nur der Flix... äh... Sporka. Und der heißt... So, was haben wir hier so schönes? Ich würde mal auch mal aufmissionieren. Ein Fehlerpreis. Ein Fehlerpreis. Kammerjäger. Ich wusste, dass du früher oder später hier auftauchen würdest. Eine Spezies ist so ungezogen. So neugierig. Die Kammer der Kammern wurde geöffnet. Und es wurde befreit. Beweise deinen Wert. Und ich verrate dir, warum die Meister mich auf dich haben warten lassen. So, erstmal nochmal einen Skillpunkt hier. Das war alles? Hier meine Eiswaffe. Und ich hatte das alles. Wie für mich das war. Und ich habe das zu wagen, ist die Beine nicht zu besuchen. Und ich habe den Ball in dem Weg wie dieser. Und ich habe den Ball nicht zu besuchen. Ich habe einen Ball nicht zu besuchen. Ja. Oh war das? Anderen, die sind ja machenbar. Ich habe einen Ball nicht zu sein. Und ich habe die Feuerんだ harbor. Ich habe einen Ball nicht zu besuchen. Ah. Gemeinsam seid ihr stark. Normalerweise. Wie kann man das ändern? Was ist hier so mein Schild? So, kommen wir mal drauf. Ich weiß gar nicht, ich muss hier einfach mal. Das klappt man, glaube ich. Oh, die Tücher auch noch. Die Dinger sind jetzt zu nerven. Nervt mich so viel durch. Das war gar nichts. Ja. Ja. Immer noch nicht alle. So, das sieht gut aus. Gucken wir erstmal die ganzen Sachen durch. Aufmunitionieren quasi. Und die Kohle nehmen wir auch noch mit. Oh, ist ja nicht wenig, ne? Da war ein Speicherpunkt. So ne komische Hecke. Hat aber nichts zu heißen. Oh, ok. Uh, ist mit Restzeit sich gerade vor. Ja. Wir gehen einfach mal schnell durch. Ist mir egal. Eine Hecke, ja? Kann ich mal kurz in die Position sammeln. Wo ist der Rest? Ja. Ja. Die Laffen macht sich schon bezahlt. Ja. 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 Da war leise. Er hat nichts fallen lassen. Du hast einiges gezeigt, denke nie. Ja. So, weiter geht's. Ich hab ja gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. 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 Das ist gleich, was dir ein bisschen höchst. Aber ich glaube, alt war es nicht. Ja. 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 Ich bin kampfbereit. Ja. Hmm. Ich bin kampfbereit. Da hab ich was für. Wo stehen hier noch ein paar? Wo seid ihr denn? Ja. 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 so 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 So, wir haben ja noch weniger. So. Das scheint ein Boss zu sein, der ist ein bisschen hartnäckiger. Alles was weg ist, ist weg. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das war nur ein Baller hier. Was ist das denn? 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 Ich hab dich mal wieder vergessen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich muss das mal kurz aufnationieren. Wird schon anstrengend. Aber ob wir es in der Zeitvorgabe schaffen? Ist ja alles Plus, ne? Was ist das denn? Das sieht nach Post aus. Was ist das denn? 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 T 14. Ich muss mich hinterlassen. Geht ja nicht mehr viel. Und weg soll er sein. Wo ist der? Okay, das war doch nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob er wieder kommt. Ich weiß nicht, ob er ist. So. Das Ding ist ein bisschen nervig, ne? Der kommt sowieso wieder, oder? Ne, doch nicht. Ungezogene Menschen haben die Kammer der Kammern geöffnet. Aber die Meister werden erkennen, wer schuld war. Bis zum nächsten Mal, Krieger. So. Prüfung abgeschlossen. War jetzt nicht so der Bringer. Ein bisschen Kohle hier mitnehmen. Okay. Okay, haben wir die Prüfung gemeistert. Würde ich mal meinen. Das hat jetzt noch nicht gereicht für einen neuen Punkt. Und. Wir sollen nochmal auf die Centenary zurück. Dann können wir in der nächsten Folge doch nochmal eine andere Prüfung angehen. Also so, die war easy. Die andere hat uns ein bisschen mehr zu schaffen gemacht. Aber da hatten wir vielleicht auch nur die falsche Waffen am Start. Unmöglich. Dass wir das dann nochmal angehen. Aber mal gucken. Entschuldigung. Aufgestoßen. Welche haben wir jetzt noch? Ich will nochmal kurz gucken. Ein bisschen Schrott verkaufen. Was fallen lassen natürlich. So. Keine Sorge. Okay. Jetzt soll ich nochmal ganz kurz hier rein schauen. Das Überlebens sind die Prüfung der Überlegenheit. Das ist ideal, die könnte man nächste Folge mal angehen, sie werden mal in diesen. Also, danke zu sehen, bis dahin. Tschüss.